Das Thema Bürokratie bzw. zu viel Bürokratie, das ist ja in aller Munde. Wo muss man ansetzen? Wir sehen, dass die gesetzlichen Regelungen die Initiative der Menschen so weit einengen, dass sie Interessen der Personen, die geschützt werden sollen, nicht mehr schützen. Die Leute wollen nicht bevormundet werden. Sie wollen auch länger als zehn Stunden am Tag arbeiten dürfen, wenn sie entsprechend entlohnt werden. Das ist heute alles nicht möglich.